In diesem Video betrachten wir lineare Abbildungen und insbesondere den Zusammenhang zwischen linearen Abbildungen und Matrizen. Wir gucken uns die Idee erstmal anhand von ein paar Beispielen an und wir nehmen an, wir haben so eine Matrix, so wie hier, die Matrix 2.0 und 0.1. Und wenn wir diese Matrix mit einem Vektor A multiplizieren, kommt ein weiterer Vektor B raus. Gucken wir an, was die Idee dabei ist. Wir starten mit so einem Vektor. Wir wenden die Matrix drauf an und das Ergebnis ist dann wieder ein Vektor. Das heißt, man kann sagen, dass so eine Matrix eine Abbildung definiert und zwar vom R hoch 2 in den R hoch 2, weil man steckt einen zweidimensionalen Vektor rein und was rauskommt, wäre wieder ein zweidimensionaler Vektor. Gucken wir das mal konkret an für dieses Beispiel hier. Wenn wir da den blauen Vektor, das ist der Vektor 2,3, wenn wir den reinstecken in diese Matrix, Was passiert dann? Ich wiederhole einmal die Matrix-Multiplikation. Das ist ja Zeile mal Spalt. Das heißt, das ist 2 mal 2 plus 0 mal 3. 2 mal 2 ist 4, also 1.1,3 ist 4. Nächste ist 0 mal 2 plus 1 mal 3. Ist genau die 3, die hier steht. An der Stelle ist es geschickt, die Matrix-Multiplikation noch in einer anderen Form im Kopf zu haben und zwar haben wir hier ja Spaltenvektoren. Diese Spaltenvektoren werden multipliziert mit diesem Vektor und die Idee ist, die erste Spalte wird multipliziert mit der 2, die zweite Spalte wird multipliziert mit der 3 und diese beiden Vektoren werden aufaddiert. Das heißt, ich habe hier den Vektor 2,0, den multipliziere ich mit 2, ist 4,0. Dann habe ich 0,1, multipliziere ich mit 3, ist 0,3. Wenn ich die aufaddiere, komme ich auf 4,3, genauso wie hier. Und das, was diese Abbildung dann tut, ist in dem Falle eine Streckung in x-Richtung um den Faktor 2. Das heißt, wenn ich so einen Vektor mit x-Koordinate 2 reinstecke, hat er hinterher die x-Koordinate 4. Die y-Koordinate ändert sich nicht. Wir können mit solchen Matrizen natürlich auch andere Sachen machen. Wir können zum Beispiel auf die y-Achse projizieren. Also hier ist die Idee, wir nehmen so einen Vektor, wieder Eingabe A. Wir möchten die Abbildung haben, die projiziert uns auf die y-Achse den Vektor. Das heißt, wir gehen hier so in die Richtung, haben dann entsprechend diesen Zielvektor. Und das bekommen wir durch diese Matrix hier mit dem Vektor 0,0 und 0,1. Auch das gucken wir nochmal genauer an. Wenn wir das für dieses Beispiel, für unseren Beispielvektor 2,3 anwenden, 2,3, das ist zweimal der 0-Vektor, passiert nichts. Und dreimal der Vektor 0,1, das heißt, das was rauskommt, ist 0,3 als Vektor. Und das ist genau hier die Projektion auf die y-Achse. Und auch hier wieder Abbildung von r-Quadrat nach r-Quadrat. Das geht natürlich ganz genauso, wenn wir auf die x-Achse projizieren wollen. Also wir haben wieder hier unseren Beispielvektor. Und wir projizieren jetzt runter auf die x-Achse. Die läuft ja hier lang. Und das wiederum passiert durch die Matrix 1,0 und 0,0. Gucken wir das wieder mit den konkreten Werten an. Wir haben wieder den Vektor 2,3, den wir da reinstecken. Wir haben zweimal die erste Spalte, was der Vektor dann 2,0 ist, plus dreimal die zweite Spalte. Die ist aber komplett 0, das heißt, die spielt keine Rolle. Das heißt, der Vektor, der rauskommt, ist 2,0. Und das ist genau die Projektion hier. Also wenn Sie von hier runter das Lot fällen würden, haben Sie genau den Vektor entsprechend 2,0, den Sie rausbekommen. Das funktioniert natürlich nicht nur von r² nach r², sondern zum Beispiel auch von r³ nach r², wenn die Matrix entsprechend gewählt ist. Also, wir können auch damit Abbildungen machen, die aus dem dreidimensionalen Raum, r³, in den zweidimensionalen abbilden. Also einen Vektor hier auf einen Vektor dort abbilden. Und auch das machen wir über Matrizen. Das soll unsere Matrix sein, 1,0, 0,1 und 0,0. Und wir müssen da an der Stelle jetzt, damit das passt, stecken wir einen dreidimensionalen Vektor rein, haben aber wieder die gleiche Idee. Wenn wir das multiplizieren, auch hier können Sie wieder vorgehen mit Zeile mal Spalte, jeweils, um das zu ermitteln. Sie können aber auch die Idee nehmen, dass wir einmal die erste Spalte haben, plus zweimal die zweite Spalte, plus dreimal die dritte Spalte als Vektor. Das heißt, das ist der Vektor 1,0 plus 2,0, plus 0,0 ist egal, also der Vektor 1,2. Das heißt, was hier passiert ist, an der Stelle, wir projizieren einen beliebigen Vektor im dreidimensionalen Raum einfach auf die XY-Ebene runter. Wir schneiden die dritte Komponente einfach ab. Die ersten bleiben komplett erhalten, die dritte wird einfach abgeschnitten. Und das ist das, was diese Matrix hier tut, die entfernt einfach die dritte Komponente. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Wir können das auch als Abbildung vom R hoch 2 in den R hoch 3 nutzen, um so eine Abbildung herzustellen. Dann muss die Matrix natürlich entsprechend genau andersrum aussehen. Also das muss jetzt eine 3 kreuz 2 Matrix sein, wenn das eben eine 2 kreuz 3 Matrix war. Und hier ist jetzt die Idee, wenn ich so einen Vektor habe und den mit der Matrix multipliziere, soll ein anderer Vektor rauskommen, und zwar ein dreidimensionaler Vektor. Und das, was ich hier erreichen möchte, ist, den R² auf die XY-Ebene abzubilden. Gucken wir uns mal als Beispiel an, wie das aussieht. Und wir stecken unseren zweidimensionalen Standardvektor 2,3 rein. Das multipliziere ich mit der Matrix. Das ist 2 mal die erste Spalte plus 3 mal die zweite Spalte. Und das ist genau der Vektor 2,3,0. Das heißt, was diese Matrix macht, ist, die nimmt einen zweidimensionalen Vektor und fügt unten eine 0 dran und macht daraus einen dreidimensionalen Vektor. Und so bildet man eben an der Stelle den R² einfach auf die XY-Ebene im R³ ab. Wenn wir die Matrix leicht verändern, kriegen wir wieder eine Abbildung von R² nach R³ aus. Aber jetzt an der Stelle bilden wir nicht ab auf die XY-Ebene, sondern auf die YZ-Ebene. Und auch das gucken wir am Beispiel an, wie das aussieht. Wir haben wieder unseren Beispielvektor 2,3. Das ist 2 mal der Vektor 0,1,0 plus 3 mal der Vektor 0,0,1. Und das ist jetzt der Vektor 0,2,3. Und der Vektor 0,2,3 ist jetzt offensichtlich aus dem hervorgegangen, einfach dadurch, dass ich die X-Komponente zur Y-Komponente gemacht habe, die Y-Komponente zur Z-Komponente und oben ein 0 angefügt habe. Und das habe ich entsprechend durch diese Matrix erreicht, die wieder dann hier jetzt auch eine Abbildung definiert. Und um das Ganze zu vervollständigen, bilden wir den Vektor jetzt nochmal auf die fehlende Ebene ab und brauchen dafür eine andere Matrix. Und das ist jetzt die Matrix 1,0,0 und 0,0,1. Und auch die multiplizieren wir wieder. Das ist 2 mal der Vektor plus 3 mal der Vektor und das ist der Vektor 2,0,3 dann. Und da ist jetzt in der Mitte auf der Y-Komponente die 0 hingekommen und die X-Komponente blieb erhalten und die Y-Komponente wurde zur Z-Komponente. Und so haben wir halt diese Abbildung von dem Vektor in den Raum rein hergestellt. Und das jetzt entsprechend über die 3 mal 2 Matrix. Hinweis, diese 3 und die 2, das sind genau die Zahlen, die hier bei den Abbildungen natürlich auch vorkommen. Also wenn die Matrix, die wir für unsere Abbildung benutzen, drei Zeilen hat, heißt das, hinterher kommt ein dreidimensionaler Eintrag raus und ein dreidimensionaler Vektor raus, wenn wir multiplizieren und da sie zwei Spalten hat, multiplizieren wir sie eben mit einem zweidimensionalen Vektor. Das ist also eine Abbildung von R hoch 2 nach R hoch 3. Da tauchen die Zahlen und die Spalten immer wieder auf. Es gehen natürlich nicht nur Projektionen, sondern man kann damit quasi beliebig wild die Vektoren entsprechend abbilden. Also wir können auch so eine Abbildungsmatrix benutzen. 1, 0, minus 1, 0, 1, 1. Und wenn ich da jetzt den Vektor 2, 3 reinstecke, dann habe ich zweimal diesen Vektor. Das ist 2, 0, minus 2. Plus dreimal diesen Vektor. Das ist 0, 1, 1. Also das ist dann 2, plus 0. Hier ist es 3, weil das ist 0 mal die 2, plus 3 mal die 1. Und hier ist es 1, weil hier war es eine minus 2 nach der Multiplikation mit der 2. Und hier eine plus 3. Minus 2 plus 3 ist die 1. Also das ist der Vektor, der da rauskommt. Und auch hier haben wir wieder eine Abbildung vom R² in den R hoch 3. Gucken wir jetzt einmal zwei wichtige Eigenschaften an, die diese Abbildungen haben. Das erste ist die Verträglichkeit mit der Skalierung. Nehmen wir an, wir haben so einen Vektor, so wie in unserem Beispiel eben auch. In dem Fall jetzt einfach von R hoch 2 zu R hoch 2, damit es leichter zu sehen ist und von der Darstellung her einfacher ist. Angenommen, wir haben eine Matrix, so wie die hier, 1, 0, 0, 0. Und wir multiplizieren die mit unserem Beispielvektor 2, 3. Und das ist die übliche Projektionsmatrix. Das heißt, der Ergebnisvektor ist dann 2, 0. Wir nehmen einfach diesen Vektor, projizieren auf die x-Achse durch diese Matrix und kommt der Vektor hier raus. Das ist also das Ergebnis 2, 0. Jetzt natürlich die Frage, was passiert, wenn wir diesen Vektor skalieren, wenn wir den einfach mal doppelt so lang machen, unsere Eingabe. Also statt unserem ursprünglichen Vektor A benutzen wir jetzt 2A. Das heißt, wir stecken nicht A in die Matrix, sondern 2A. Wenn Sie sich aber an die Matrix-Multiplikationen, an das Produkt von zwei Matrizen erinnern, dann wissen Sie noch, dass man dieses Skalar natürlich vorziehen kann. Darf ich auf die linke Seite schreiben. Das heißt, anstatt die Matrix auf den skalierten Vektor anzuwenden, kann ich auch die Matrix einfach auf den normalen Vektor anwenden und das Ergebnis skalieren. Und das ist das, was hier passiert. Das heißt, wenn das ursprüngliche Ergebnis von der Projektion, wenn das dieser Vektor war und ich den Vektor jetzt verdoppel, dann ist das Ergebnis ebenfalls verdoppelt im Vergleich zum ersten Ergebnis. Also, das gilt natürlich nicht nur verdoppeln, sondern bei quasi jeder Multiplikation mit einem Skalar. Diese Abbildung hat die schöne Eigenschaft, dass f von Lambda a das gleiche ist wie Lambda f von a. Das heißt, wenn ich die Eingabe verdoppel, verdoppelt sich auch die Ausgabe. Wenn ich die Eingabe halbiere, halbiert sich auch die Ausgabe. Und das sieht man hier eben auch schön. Hier, die Ausgabe ist entsprechend doppelt so lang wie ursprünglich. Wichtig an der Stelle ist, diese Projektion, die ist natürlich nicht längerhaltend. Also das Ergebnis, wenn ich so einen Vektor projiziere, ist natürlich kürzer als der Ausgangsvektor. Aber, wenn ich halt die Eingabe verdoppel, ist auch das Ergebnis doppelt so groß. Im Vergleich zur nicht verdoppelten Eingabe. Die zweite Operation, die ich angucken möchte, ist die Addition. Also wir nehmen wieder unseren Beispielvektor 2,3 und unsere Projektion und projizieren den auf die x-Achse. Mithilfe unserer Matrix kommt der Vektor 2,0 raus. Das ist das übliche Beispiel, was wir schon kennen. Wenn wir jetzt so einen zweiten Vektor nehmen, zum Beispiel den hier. Wir nehmen also unseren Vektor a2 und das ist jetzt der Vektor 1, minus 1. Wenn ich den projiziere, wird er natürlich von unten nach oben projiziert. Hier hin. Und dann kommt der Vektor raus. Das ist der da. Auch hier rechne ich das einmal nach. An der Stelle, wir haben unsere Projektionsmatrix 1,0,0,0. Multiplizieren sie mit unserem Vektor. Dann ist das einmal dieser Vektor, plus minus einmal der, ist also einmal der Vektor, ist also 1,0, das was rauskommt. Diese beiden Vektoren, a1 und a2, kann ich natürlich addieren. Also hier den Vektor a1 mit dem Vektor a2. Und dann ist die Frage, was kommt raus, wenn ich darauf jetzt entsprechend die Projektion anwende. Also wir sind wieder bei der Projektion. Das heißt, wir gehen hier hin, hier hin, dann haben wir entsprechend a1 plus a2. Dann projizieren wir runter und das was rauskommt, ist dieser Vektor. Das ist f von a1 plus a2. Und auch das rechnen wir mal schrittweise aus. Also wir wollen ausrechnen, was ist f von a1 plus a2. Und das ist natürlich unsere Matrix, unsere Abbildungsmatrix, 1,0,0,0, mal a1 plus a2. Das sind die beiden Vektoren. Diese beiden Vektoren kann ich einmal hinschreiben. Also es ist einmal 2,3, unser blauer Vektor. Und unser goldfarbener Vektor ist 1, minus 1. Wenn ich die entsprechend aufaddiere, 2 plus 1 ist 3, 3 plus minus 1 ist 2, ist also dieser Vektor, der rauskommt. Das ist der Vektor a1 plus a2. Das ist der Vektor, den Sie hier sehen. Also dieser Vektor hier, dieser blau-graue, das ist genau der. Wenn ich den jetzt entsprechend projiziere, kriege ich natürlich nur die erste Komponente raus. Also die 3 ist also 3,0 das Ergebnis. Und das ist auch der Vektor, den Sie hier sehen. Genauso wie in der Darstellung. Wir können aber auch im ersten Schritt anders vorgehen. Also um dieses f von a1 plus a2 zu bestimmen, wollen wir das bestimmen. Und was wir machen können ist, wir können das Distributivgesetz anwenden. Weil Multiplikation von Matrizen ist distributiv. Das heißt, Matrix mal Vektor plus Vektor ist nichts anderes als Matrix mal Vektor plus Matrix mal Vektor, mal zweiter Vektor. Das heißt, wir erhalten als nächsten Schritt erstmal durch ausmultiplizieren diese beiden Ausdrücke. Da kennen wir das Ergebnis aber schon. Weil das ist die Projektion von dem ersten Vektor plus die Projektion von dem zweiten Vektor. Das ist also die Projektion von dem ersten Vektor war 2,0. Projektion von dem zweiten Vektor war 1,0. Und wenn ich die aufaddiere, bekomme ich auch entsprechend 3,0 raus. Das heißt, um f von a1 plus a2 zu bestimmen, kann ich auch einfach zuerst f von a1 bestimmen. Das ist der hier. Und dann hänge ich einfach f von a2 da dran. Und bekomme den Vektor entsprechend genauso. Das ist das, was hier dargestellt wird. Also dieser Vektor hier, der rauskommt, das ist einfach die Summe aus f von a1 plus f von a2. Das heißt, die Bedingung, die hier diese Abbildung erfüllt, ist, dass f von, da ist ein kleiner Tippfehler, dass f von a1 plus a2 das gleiche ist wie f von a1 plus f von a2. Und das ist eben Verträglichkeit mit der Addition. Und wenn wir diese beiden Eigenschaften haben, dann heißt eine solche Abbildung linear. Also eine Abbildung f, jetzt allgemein vom r hoch n nach r hoch m, heißt linear, falls für alle Lambda aus dem Körper, also alle reellen Zahlen, und Vektoren x1 und x2 gilt, dass erstens die Eigenschaft der Addition gilt, das heißt, dass f von x1 plus x2 das gleiche ist wie f von x1 plus f von x2 und die Verträglichkeit mit der Multiplikation vorliegt, also f von Lambda x das gleiche ist wie Lambda f von x. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann heißt eine Abbildung linear. Und was wir schon gesehen haben, aufgrund der Definition der Matrixmultiplikation, sind alle Abbildungen der Form Matrix mal Vektor sind immer automatisch lineare Abbildungen. Praktischerweise gilt das aber auch umgekehrt. Für jede lineare Abbildung, völlig egal, welche das ist, solange sie linear ist, gibt es eine Matrix, sodass diese Abbildung, diese lineare Abbildung f, dass ich die darstellen kann als Matrix mal Vektor. Also jedes f von x, wenn es linear ist, kann ich berechnen als Matrix mal Vektor. Und die Matrix erhalte ich einfach dadurch, dass ich die Basisvektoren, die Standardbasisvektoren e1 bis en nehme, darauf die Funktion anwende und das Ergebnis hintereinander schreibe. Das sind die Spalten der Matrix. Also die Spalten der Abbildungsmatrix A sind die Bilder der Basisvektoren e1 bis en. Gucken wir diese Eigenschaft noch einmal formal an. Also wir nehmen an, wir haben so einen Vektor, das ist ein beliebiger Vektor x und dieser Vektor, den ich abbilden möchte, der hat die Komponenten x1 bis xn. Und den kann ich natürlich aufschreiben als, weil ich ja die Standardbasis habe im RON. Das ist x1 mal der erste Einheitsvektor e1 plus und so weiter plus xn mal dem Endeneinheitsvektor. Also ich kann dieses x aufschreiben als diese Summe, so wie sie hier steht. x1 mal dem ersten Einheitsvektor plus x2 mal dem zweiten Einheitsvektor und so weiter bis xn mal dem Endeneinheitsvektor. Wenn ich jetzt wissen will, was f von x ist, dann ist x ja nichts anderes als die Summe da oben, das heißt, das ist f von x1 mal e1 plus und so weiter bis xn mal en. Weil f aber linear ist nach unserer Voraussetzung, wir haben ja gesagt, für alle linearen Abbildungen kann ich die durch eine Matrix darstellen und weil die linear ist, kann ich diesen Ausdruck schreiben als x1 mal f von e1 plus und so weiter bis xn mal f von en. Hier an der Stelle benutze ich einfach nur dass f linear ist. Das ist die Definition von linear. f ist linear. Deswegen kann ich das machen. So, das Ganze kann ich aber jetzt auch mithilfe von Matrizen aufschreiben. Und wenn Sie scharf hingucken, ist das nichts anderes als die Matrix f von e1 und so weiter bis f von en Achtung an der Stelle diese Einträge hier das hier das ist ein Vektor aus r hoch m in dem Falle also aus dem Zielraum. Weil wir nehmen ja diesen Basisvektor aus dem r hoch n stecken wir in den f rein f ist eine lineare Abbildung und bildet ab von ich schreibe das nochmal drüber f ist eine Abbildung die bildet ab von r hoch n nach r hoch m das heißt das Ergebnis was rauskommt wenn ich da so ein Einheitsvektor reinstecke ist irgendein Vektor aus dem r hoch m das heißt diese ganzen Einträge die ich jetzt hier nebeneinander aufgeschrieben habe also das das und so weiter das sind alles Vektoren m-dimensionale Vektoren aus dem r hoch m wenn ich die nebeneinander schreibe bekomme ich eine Matrix raus diese Matrix kann ich multiplizieren mit x1 bis xn und das ist exakt wenn sie jetzt diese Matrixmultiplikation ausführen ist das exakt der Ausdruck der hier steht also der Ausdruck der hier steht x1 mal f von e1 plus und so weiter bis xn mal f von e n ist das gleiche wie das Produkt der Matrix was ich hier habe wo die Spaltenvektoren jeweils diese Bilder der Einheitsvektoren sind also f von e1 bis f von e n multipliziert mit dem Vektor x1 bis xn weil ich würde jetzt multiplizieren x1 mal f von e1 plus x2 mal f von e2 und so weiter plus f von plus xn mal f von e n so wie ich das eben an den Beispielen auch schon gemacht habe und das ist eben nichts anderes als genau diese Matrix mit f von e1 bis f von e n multipliziert mit x und das ist genau das was die Regel von eben ausgesagt hat dass ich zu jeder linearen Abbildung immer eine Matrix finden kann diese Matrix ist einfach die sind einfach die Spalten die herauskommen wenn ich die Einheitsvektoren in die Funktionen einsetze wenn ich die nebeneinander schreibe und die so entstehende Matrix liefert mir genau die Abbildung die ich haben möchte gucken wir diese Idee zum Abschluss nochmal an einem konkreten Beispiel an wir nehmen an ich möchte die Abbildung haben Spiegelung am Ursprung das heißt ich möchte eine lineare Abbildung haben die mir am Ursprung spiegelt das ist auch eine lineare Abbildung und da ist jetzt die Frage wie kann ich die durch eine Matrix darstellen diese Abbildung und dazu gucke ich einfach was tut diese Abbildung mit den Einheitsvektoren ich nehme zuerst den ersten Einheitsvektor e1 und stecke die in f rein das was rauskommt ist dieser Vektor hier f von e1 und das ist der Vektor minus 1,0 wenn ich den Vektor habe am Ursprung Spiegel kommt genau der Vektor raus und das ist der Vektor minus 1,0 die gleiche Idee mache ich für den zweiten Einheitsvektor e2 wenn ich e2 am Ursprung spiegel kommt ein Vektor raus der in die Richtung zeigt nämlich genau der hier das heißt wenn ich e2 rein tue kommt 0 minus 1 raus der hier und jetzt benutze ich einfach die Regel von eben das ist das Bild sagt man von e1 unter der Funktion f und der Vektor der hier rauskommt das ist die erste Spalte und der Vektor der hier rauskommt das Bild von e2 das ist die zweite Spalte meiner Matrix und damit ist meine Matrix vollständig definiert erste Spalte zweite Spalte und das ist die Definition der Spiegelung am Ursprung durch eine Matrix und ja ich muss einfach nur diese Matrix mit einem Vektor multiplizieren und dann wird der Vektor automatisch am Ursprung gespiegelt das ist die zweite Spalte und dann wird der Vektor weiterkommt